Ich glaube, die Bilder sagen mehr als tausend Worte. Ich bin die Nudeln fertig, mein Gefühl tut Asen weh, aber ich bin einfach nur glücklich. Sahaletti! Salut! Hi! Ich habe meine erste Fahrstunde am Morgen von meinem achtzeitigen Worte gesagt. Aber den Wachholder kann man immer nehmen zum Räumen? Den Wachholder kann man immer nehmen. Ist es nicht manchmal ein bisschen einsam? Nein, für mich nicht. Danke dir vielmals für deine Zeitlinie, Arthur. Ich würde so gerne wissen, was du jetzt gerade denkst. Es war ein Winderung, das kann man so festhalten auf diesen fünf Tagen. Es hat auf und ab gegeben. Guten Abend und herzlich willkommen zu der grossen Abschlussshow von jedem Rapperzent 2018. Heute Abend hier nochmal auf dem Europaplatz in Luzern. Du gehst in die Glasbox rein, hast den Rumspray dabei. Wie gesagt wurde, die Zustände seien auch nicht mehr die vom Tag 1. Es ist schampfer heiss am Openair St. Gallen 2019. Es drückt dann die Schweiss aus jeder Poren heraus. Dann kommt man auf die Idee, um hier oben einen Kaffee einzurichten. Am Ende der Welt. Das heisst ja, Kaffee am Ende der Welt. Ja, das ist auf einem E-S-E-S hier entstanden. Das ist jetzt auch gut, wenn ich irgendwie müde bin und Energie brauche. Ganz gut für Atmungsorgane, zum Räuchern. Das erste Mal, dass du dein Kind anlängst, siehst, hörst rennen. Das ist wirklich mega schön und unverschreiblich. Bei Liebeskummer helfen drei Sachen. Erstens. Jetzt möchte ich mal sehen, was du drauf hast. Also werde ich monstrzy loan. Bei. Mahi, hörst du mich an, wie sie, mit alarmiert. Be analyst. Schön. Ich zeige.